Ah, jetzt geht das. Hui. Herzlich willkommen zur nächsten League of Legends Runde. Und diesmal Normal, weil wir haben das da mit. Das Dicke. Uuuh. Wir haben Tobi mit, also ich spiele mein kleines Normal, kein Solo-Cue. Und ich wurde angestachelt, Jungler zu spielen. Ich hatte eigentlich Mitte. Und Tobi wollte Eve spielen. Und dann sagt unser, wer war denn das, ADC? Ja, unser ADC. Eve ist so useless. Und dem muss ich einfach zeigen, dass die einfach nicht useless ist. Und deswegen haben wir kurz den Längen getauscht. Und jetzt spiele ich Eve. Und hau den mal richtig auf die Ommel. Zumindest ist das der Plan. Bestimmt durch den Übermut jetzt, verliere ich das mega. Aber wenn der Tobi sich ein bisschen anstrengt, dann kriegen wir das auch hin. Oh, Kyle ist das nicht. Ja, Kyle ist schon scheiße. Aber dafür hast du eine gute Range. So. Das würde eigentlich kein Problem darstellen. Oh, danke, Jax. Jax hat die Hälfte für mich getankt. Ja, ich smite den halt. So, so, so. Ich hab mir eben eine mega Fail geleistet, Alter. Irgendwie noch sechs Folgen W.O.T. am Schissel gehabt und keine aktiviert. Gehen heute erst mal sechs Folgen on. Und dann hab ich nichts mehr. Also muss wieder Loi her. Und Tobi, die Olle Nougat-Schnitte muss herhalten. Ich schluck schon alles in den Scheiß-Crew-Gebenschen mega auf den Piss. Scheiß, Skype hat mich gerade rausgeschmissen. Sorry, ich bin wieder da. Ach, das ist mit dem so ein Acht, sorry. Garen-Supporter sehe ich auch sau selten. Bis gar nicht. Bringt das los, Garen-Support? Keine Ahnung. Lass mich überraschen. Garen-Scheiß. Kuh geht auf den Piss, ne? Mega. Ja, kauf du mal Road of Ages am Anfang gleich. Dass du ein bisschen tankiger bist. So, Loi, die Chasen trashet es aber auch bis nach dem Buktu. Ich geh mal über Lane. Wobei sich ihn nicht raustraut, aber ich versuch's einfach mal. Oh Loi, der traut sich echt raus. Ist ja mega. Und, oh Loi, kriegt der Supporter den Kill. Das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl nun richtig lächerlich, ne? Ja, der Kalter hat... Achso, ja. Stimmt, wo ich gerade sowieso auf der Ecke bin. Warte mal. Ah, entzünden? Ja. Gut, dass ich den Damage schon noch gemacht hab. Ja, sehr gut. Das waren ja schon mal zwei erfolgreiche Gangs mit jeweils einem Support. Zwar kann Kill bekommen, aber der Damage kommt nachher. Glaubt mir. Eve ist nämlich nicht useless. Das ist alles andere als useless. Jax, komm. Stun nochmal. Hab deinen Stun ready. Der Instant Flash. Vielleicht kommt der nochmal raus. Ich warte hier mal. Und das ist ein Tod. Und das ist ein Tod. Setz Eve, Alter. Die kommt einfach über die Lane, stellt sich in die Büsche und haut den anderen richtig auf die Ome. Aber Eve ist so useless. Das war Doom von Geryn. Ja, ja, ja. Ja. Ich versuch's nochmal auf Bottom. Seh mich ja eh. Wenn das, ich glaube da keiner hat kein Wort oder sowas. Aber ich mach keinen Damage. Doch nicht. Ich hab ne Doppeltötung für den rausgeholt. Ups. Ups. Fällt mir erst. Egal. So. Das erste Mal nach Hause. Shut up. Hahaha. Ich hab ihm ja gesagt, ich zeig ihm die Stärke. Alter, ich bin jetzt gerade das erste Mal nach Hause und konnte schon mal ein Jungle-Item holen. Ist das fett? 4 Assist, ein Kill. Ich kann mich gerade echt nicht beschweren. Das ist mega gut, Mann. Zeig ihm natürlich keinen Buff mehr, gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir die Keile kriegen würden. Ah, ich hole mir ganz kurz Blue. Oder willst du Blue haben? Ähm, bestimmt ohne den. Willst du Blue? Ähm, noch geht's ohne. Noch geht's ohne, okay. Ich brauch eigentlich nur noch den zweiten, dann ist eh alles schick. Jetzt, wo ich Jungle-Item hab sowieso. Ne, das reicht nicht, Jax. Aber ich versuche ihn, den Keil nachzukriegen. Ich versuche ihn, den Keil nachzukriegen. Wo ist der Penner? Warum ist er Schinklum? Alter, der ist ganz zurückgegangen. Krass. Schade. Keil ist erwartet, dass er hier auf der Lane sich irgendwo backportet. Und dass ich mir dann noch schön einen wegsnacken kann. Ich gucke mal, ob der noch red da ist. Wo ist Wohli? Da, der hat keinen red. Obwohl mein er ist auch noch nicht aufgetaucht. Oh, Leute, er ist da. Fett. So, da hab ich red. Kann ich noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und zack, weg. Gar keine Chance, sich da irgendwelche Ultis anzumachen, ey. Gleich auf Maul, ey. Mega gut. Die Ulti müsste nicht besser. Kannst du mir ein bisschen herkommen. Wursch, Alter, kommt das Dicke Fass, ey. Mega gut. Oh, okay, hier ist Vision Ward. Da oder da. Eins von beiden. Ah, bevor Wohli hier gleich meinen holt. Jetzt nenne ich mir den auch nochmal weg. Ja, hol du die D-Man. Ich hole mir die Golems unten. Ich versuche jetzt gleich mal auf 1000 zu kommen, dass ich mir meine Rome-Stiefel holen kann. Das war aber knapp. Wenn da jetzt Wohli kommt, bist du weg, ey. Diesen Weg. Hey, schau. Garen tanzt erst mal auf der Leiche von Draven. Wenn ich muss. Ja, nee, 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 hat nicht gesehen. Guck, das Pinkwort. Von der Dunkelheit. Geil, ohne noch alleine. Alles klar. Gehe ich nochmal top, weil da ist gerade Wohli gewesen. Es dauert viel Zeit, um so zu gehen, um so zu gehen. No, okay. Hä? Wo ist Renga jetzt hin? Ach da. So, Renga haut schon. Von der Dunkelheit. Ich kann ja trotzdem versuchen. Und wieder weg. Ja, ich habe Tower gedivet und habe gut geschluckt, aber Damage. Damage. Einfach nur Damage. Wie gut, dass die Runde gerade so gut läuft. Ohne Scheiße, ey. Ich hätte mich sonst mega schämen müssen, ey. So, dann gehe ich mal auf Realize Crystal Zepter, um ein bisschen tankiger zu werden. War wohl, die traust du dich das echt, Alter. Ich meine, klar, du bist tanky, aber trotzdem. Korki könnte ganz locker... Garen sollte vielleicht mal nach Hause. Ich warte hier mal. Ich weiß, was im Gebüsch ist. Okay. Oh, lol, die sind weg. Da muss ich gerade mal zwei Worts leisten. In den drei. Du? Ja. Sehr gut. Links nach rechts. Nein. Alter, der ganze Jungle ist leer. Schade. Kylie traut sich nicht wirklich raus, he? Nee, ich mache auch nichts für Damage an. Ich mache es nicht. Ich bin jetzt schon mit dem Kuchen. Oh, nett. Wie viel stehst du eigentlich? Zwei neue, okay. Und ein Killing Spray. Dead Eve. 305. Ach, ja. Also Eve ist im Moment neben Hackerie mein... Ja, die beiden sind halt mein Main-Junglers. Man sollte sich ja sowieso immer mehrere raussuchen. Aber mit Eve rocke ich im Moment gut was weg. Na, Tobi? Ja. Boah, Alter. Wie viel damage. Mit zu Blue ham? Ja. Ja. In die Nacht. Ja. 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 den Gewiss versteckt, oder was? Noll! Diese Held schlägt doch gar nicht mehr über. Puff! Keil ist das erst mal. Ah, da nichts. Ringer ist tot. Okay. Ich glaube nicht, dass sich Keil jetzt hier groß hoch traut. Außer mit Wuli mitkommt. Aber dann macht Blue Philips. Ja, die mal. Diese Babysits. Ich geh überall mal hin, ey. Demnach müsste ich ja überall babysitten. Only good jungler every lane. Richtig. Na, Kylie? Trau dich doch. Alter, die geile Schiss, ey. Wenn du kannst, hol sie näher. Ich losse den noch. Ich hol sie jetzt raus. Alles klar. Geh, komm, Mann. Warte noch, die Pusht jetzt viel weg. Störst du noch ein bisschen. Ich bin dran. Boah, ey. Schon wieder auf den Desktop. Scheiss. Skypen, ey. Ja, ich bin ready. Oh, Wuli kommt. Ich bin am Arsch. Loll. Gib sich Ulti und Instant Flash. Hä? Ulti, ich bin ja wieder bereit. Die Kalle der Klasse hier! In die Nacht! Oh! Ach ja! Die Schmerzen! Oh! 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 Kalkumladen! Oh! Scheiße! Jax! Sorry! Geh doch ein bisschen zurück! Dead Eve Damage! Wie schnell der ADC einfach immer down ist! Das ist so witzig! Hallo Minion! Wie schaut das aus mit dem da? Bock drauf? Bock drauf bei! Könnt man machen, ja? Ich fang schon mal an! Ich kann noch ein Pädchen schlucken! Oder noch ein! Oh! Kylie kommt auch! Halt mal Kylie ein bisschen ab! Oh fuck! Ich kann nicht tanken! Als wenn ihr mich kriegt! Nein! Aber du hast ihn noch gekriegt! Ich glaube ich hab noch ein bisschen mehr Mana! Dass ich die Pädchen um die Ohren knallen kann! Aber das hatte ich gar nicht ready gerade! Schade! Oh! Der Dränger! Oh diga! Hohohoho! Renga ist so ein Burster! Das ist der Hammer ey! 600 für Realize! Alles klar! Pink Ward! Ja! Ja! Ein Tod kann ich mir auch mal gönnen! Ja! Ist auch im Sinne! Hm? Ja man! Sehr gut! Oh oh! Oh oh! So schnell bin ich nicht, Alter! Boah! Denken die ihn zu dritt? Oh fuck! Da hängt schon 5er Boots und die reichen trotzdem nicht, ey! Ich warte hier mal! Kommt Renga? Nö! Ich weiß nicht, ob ich Renga schon schaff! Ich glaub ich lass das mal! Guck mal, ob der nur Red da ist! Tatsache! Alter, der Woli kümmert sich auch nicht um seine Dings, ne? Um seinen Jungle! Nö! Ist ja der Hammer eigentlich! Das beschäftigt ihn eins zu operieren! Das ist schon der zweite Red, den ich ihn gesteht hab! Das ist der Weg! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich muss laufen! Laufen! Ein Alli hat geflogen! Naja! Den konnte man nicht mehr retten! Wenn ich muss! Ach, Drake ist ja noch da! Scheiße, da müssen wir jetzt irgendwie rein! So! Digga! So! Jetzt können wir Drake machen! Alter, die Ulti von mir! Wie die eingeschlagen hat, Alter! Alle getroffen! Das hat weh! Vor allem, wie die zu dritt alle aufgehalten haben, aber wohl zu viert waren! Alex, alle die tatsächlich! 6,1 Eve Bitch! 4,3! Jetzt baut mein Realize und dann gehe ich gleich auf! Ähm! Ähm! Nicht Spanien! Ja! Dann bin ich auch ein bisschen Mana hab! Die Nacht ist mein Vail! Der Trash hast du mir ja eben noch weggekriegt und so! Trash? Du meinst Draven! Und was ist Draven hier? Draven stand oben an der Klippe! Brauchst du Blue? Ja! Ja! Auf einen Drift! Alles klar! Kommt dein Porn hin! Ja, ich steh jetzt hier! Ich nehm den Kleinen dahinter schon! Zack! Aua! 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 Was reicht das nicht? Ich hätte so gelacht, Alter! Wenn nur 6 HP hätte, mich angegriffen hätte und daran gestorben wäre! Red hab ich noch? Oh, läuft gleich ab! Ach, ich mach schnell Red noch! Oh! Oh, mach! Oh! Oh! Ich geh mit Gary mal unten aufräumen! Oh! 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 ich habe mich mitgewertet in meiner Sicht in der Klinik an den stichst mit dem Ort wie viel der Menschen ab und sie ist morgen wird auch zu den Bordelorien das was auch da es 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 ist es ist klar er hat überlegen Prozent und für die Zeit ich hab dich und ich habe gehört Das war die falsche Richtung, mein Freund. Ich lache die Wettbewerbe. 7, 1, 9. Wieso ist die nicht, Digga? Ich habe ein Damage-Outputs. Rede nicht dafür, dass du kein Damage machst. Ich lache die nicht. Ich lache die nicht mehr als alle 10, dann. Ich lache die nicht mehr als alle 10, dann. Ich werde mich in den Geist geklaut. Vor allem nur ein. Oh, je, die ist reingezu mir. Könnte sein, dass Draven und so on Tour sind. Oder oben rum. Doch, da sind sie. Alter, lass mich doch los! Ich habe ihn geslot. Ja, ja, meiner! Dead Eve, Dead Eve. Oh yeah, Dead Eve. Aua. Du hast mir so toll wehgetan. Was für eine Eselrunde. Wie wir einfach durchgehen können. Was ist denn da los? Oh, nein! Die Ulti-Buffel! Oh, nein! Die Ulti-Buffel! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Es dauert viel Effort, um die Hälfte zu bewegen. Ach, ich mach mich nochmal kurz umsichtbar. Obwohl ich keinen Litz-Spink kaufe, ne? Yes! Huch! Eher schon. Arschlöcher. Wollte ich mich ganz gemütlich in der Baseback porten? Oh, nein! Kommt da noch jemand? Nee. Oh! Oh! Jack, wo rennst du hin? Boah! Alter, Jacks! Oh, nein! Oh, oh! Ach ja, Tobi, Digga! Das sind nur alle 10 hochgesprungen. Was spielst du eigentlich? 5-0-6. Das ist ja auch noch gut. 10-0, Alter. Wolli ist da oben. Kriege ich den bevor Wolli da ist? Nee. Wolli... Das ist ja so, was Null spielt. Ja, nur weil ich unten den Keil-Dings schenken wollte. Wolli ist da oben. Ach so, GG, lol. Alter, du bist was jetzt straight-up. Die Hälfte. Alter, was ne Runde. Wie schnell das ging. Das waren nach 20 Minuten gleich, oder? So, ich glaub schon. Da hab ich's ne kurze Mal gesagt. Nee, 20, 20, 30. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.